In diesem Video erklären wir, wie die Betriebsmanagement-Vision und das Lely Horizon Management System perfekt aufeinander abgestimmt sind und die vollständige Betriebsmanagement-Steuerung bieten. Wir ermöglichen es Landwirten, ihren Betrieb in ihrem eigenen Rhythmus zu betreiben, indem wir die Arbeitsroutinen im Betrieb, die Kühe und die Maschinen nahtlos integrieren. In Lely-Betrieben werden alle spezifischen Aktivitäten, die innerhalb eines gewissen Zeitraums ausgeführt werden, Aufgaben genannt. Mit jeder Aufgabe, die man mit einem Herzschlag vergleichen kann, wird der Herzrhythmus durch das Aufgabenmanagement von Lely Horizon synchronisiert. Das Aufgabenmanagement stimmt die Ressource, die Fähigkeit und den Zeitpunkt für jede Aufgabe aufeinander ab. Aufgaben können hinsichtlich der Dauer und Häufigkeit vorhersehbar sein, wie die Kuhkontakte während der Laktation, die Überprüfung der Frischabkalber, die Besamung, die Trächtigkeitskontrolle, Klauenschneiden, Impfungen und Trockenstellungen. Oder Stallroutinen wie Füttern, Streuaufschütten und die Reinigung freier Boxen. Und die Melkroboterwartung, tägliche Kontrollen und die wöchentliche Wartung. Oder eine Aufgabe kann teilweise vorhersehbar sein, wie das Abkalben, die Erstmelkung, Kühe, die Aufmerksamkeit benötigen oder Reparaturen an der Anlage. Das Aufgabenmanagement bietet einige Standardaufgaben, aber jeder Betrieb ist einzigartig. Um Aufgaben zu definieren, die auf die Ziele jedes Betriebs abgestimmt sind, stehen Lelys Dairy XL und Betriebsmanagement Support Teams bereit, um ihre Fachkompetenz mit dir zu teilen. Beim Aufgabenmanagement geht es um die Zeitplanung, denn jede Aufgabe wird individuell anpassbaren Schichten innerhalb eines Tages zugewiesen. Mit Echtzeitaktualisierungen des Aufgabenstatus wird die Verantwortlichkeit sichergestellt. Das Aufgabenmanagement gibt die für jede Aufgabe benötigten Ressourcen an, in dem Berichte von Kühen mit einer geplanten Interaktion oder Kühe, die Aufmerksamkeit benötigen, erzeugt werden, woraufhin diese Kühe dann in den Managementbereich separiert werden, sodass sie sich zur richtigen Zeit im richtigen Bereich befinden, um versorgt zu werden. Die Rollen werden auf der Grundlage der Fähigkeiten und der Kompetenz der Mitarbeiter zugewiesen. Das Aufgabenmanagement der Mitarbeiter berücksichtigt die einzelnen Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten über die Rollenzuordnung für eine unbegrenzte Anzahl Mitarbeiter mit sicherem Zugang. Die Rollen erhalten dann die Genehmigung, sich gewisse Aufgaben anzusehen bzw. diese auszuführen. Die Fähigkeit einer Aufgabe zahlreichen Rollen zuzuordnen, ist der Schlüssel für die Zusammenarbeit des Teams und für die rollenübergreifende Schulung. Die Rollenzuordnung kann als Vorlage für die Schulung verwendet werden, wenn Mitarbeiter wechseln. In einem Lely-Betrieb gewährleistet das Aufgabenmanagement, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort erledigt wird, mit den richtigen Kühen, von den richtigen Mitarbeitern und mit den richtigen Geräten auf die richtige Weise. Dank dieser soliden und beständigen Art der Betriebsmanagement-Steuerung können wir die Bedürfnisse der Kühe sicherstellen. Indem die notwendigen Kuhbehandlungen im Managementbereich ausgeführt werden, können wir die menschliche Anwesenheit hier auf durchschnittlich eine Minute pro Kuh pro Tag begrenzen. Diese Prinzipien der Milchviehhaltung sind angenehmer, indem die Routinearbeiten des nicht automatisierten Melkens eliminiert werden, die der Anker des Betriebs im landwirtschaftlichen Betrieb waren. Gleichzeitig können Lely-Landwirte sicher sein, dass ihr Finger sich immer am Puls befindet.